Während amerikanische Politiker und Regulierungsbehörden den gesamten Kryptomarkt zerstören wollen, sehen wir auf der anderen Seite, dass ihr allseits geliebter US-Dollar ebenfalls massiv unter Druck steht. Im heutigen Video beschäftigen wir uns unter anderem mit dem US-Dollar und warum dieser möglicherweise bald nicht mehr die führende Weltwährung sein wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Kryptoaktuell, wo wir uns genau auf diese Themen etwas genauer konzentrieren. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns nicht nur den Bitcoin an, was momentan dort gerade abgeht. Wir werfen auch einen Blick auf den US-Dollar und übergeordnet, was mit dem US-Dollar in den nächsten Monaten weiterhin passieren könnte. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video, lass gerne Bewertungen und Kommentare, Daumen hoch und meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank für den Support Freunde. Wir reden nicht länger um den heißen Brei, wir springen direkt auf die erste Folie. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht der Bitcoin momentan etwas unter Druck. 2-3% ist jetzt noch nicht übertrieben, aber wir sehen natürlich, dass der Bitcoin so ein bisschen Gegenwind erhält. Das ist auch vollkommen normal. In den letzten Tagen gab es einige sehr große Klagen gegen die weltweit größte Kryptohandelsplattform Binance. Brauche ich euch nicht noch einmal erzählen. Wir wissen mittlerweile alle, was dort vorgefallen ist. Währenddessen hat sich der Bitcoin allerdings in den letzten Tagen tatsächlich trotzdem besser durchgesetzt, als viele Analysten zuvor gedacht hatten. Das sieht man unter anderem beispielsweise auch an dem offenen Interesse für die ablaufenden Optionen. Heute ist Freitag, heute ist es wieder soweit. Viele Krypto- bzw. auch Bitcoin-Optionen laufen aus. Viele Analysten sind zuvor davon ausgegangen, dass sich der Bitcoin in der vergangenen Woche nicht so gut durchsetzen kann. Weshalb hier die Bären ziemlich stark auf die Mütze bekommen, sollte der Bitcoin nicht noch weiter nach unten gedrückt werden. Rund 26.500 US-Dollar ist hier das Preisziel der Bären. Der Bitcoin hatte zwischen dem 12. und den 17. März tatsächlich rund 32% zugelegt, was die Bären zuvor wahrscheinlich nicht gedacht hatten. Und eben dieses Kursniveau wäre in der aktuellen, doch sehr, sehr turbulenten Woche auch weiterhin noch relativ gut gehalten. Wir sehen den Ablauf der Optionen, das wird auf jeden Fall interessant. Momentan sehen wir ein Call-to-Put-Verhältnis von 1,34, also ein relativ starkes Ungleichgewicht zwischen den Call- bzw. Kaufoptionen und den Pull- bzw. Verkaufsoptionen. Insgesamt sehen wir auf der einen Seite rund 2,4 Milliarden und auf der anderen Seite rund 1,8 Milliarden US-Dollar, die hier eingesetzt wurden. Diese Optionen laufen heute aus, also tatsächlich reden wir über gar nicht so wenig Geld. Die Wetten beziehen sich vor allem auch über die aktuelle Preisentwicklung in Bezug auf den 200er Weekly Moving Average, eine der wichtigsten Durchschnittslinien im Bitcoin, der hier immer wieder als Bull- oder Bärenmarktindikator genutzt wird. Crypto Tony betonte beispielsweise in seiner neuesten Analyse, dass der Bitcoin das aktuelle Niveau oder fast das aktuelle Niveau von 27.700 US-Dollar als Unterstützung halten sollte. 27.700 Dollar ist das Niveau, das sie an diesem Wochenende beobachten müssen, wenn sie sich derzeit in einer frischen Long-Position befinden. Diejenigen, die seit einiger Zeit bei mir sind, machen uns keine Sorgen, es sei denn, wir verlieren diesen Reichweiten-Tief. Also das ist ebenfalls hier ein sehr wichtiges Niveau, welches natürlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme möglicherweise schon nach unten hin durchbrochen werden könnte. Sollte es so kommen, dann könnte der Bitcoin natürlich nochmal einen stärkeren Gegendruck erfahren. Das untere Niveau, welches dann interessant werden könnte, wurde beispielsweise von Philphip hervorgehoben. Er ist Mitbegründer von Decentrader und spricht eben die 200er Weekly Moving Average-Linie an. Diese befindet sich aktuell auf einem Niveau von rund 25.500 US-Dollar, wäre hierbei seiner Meinung nach die nächste Frontrun-Zone, wenn der Bitcoin weiter zusammenfällt. Ebenfalls würden wir mit einem solchen Rückschlag auf ein, zwei Wochen tief zurückfallen, was allerdings nach der starken Preisentwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten meiner Meinung nach immer noch extrem gesund wäre. Auch der Analyst Ted Talk Marco konzentrierte sich auf den aktuellen Monatsabschluss, denn mit dem heutigen Freitag sehen wir nicht nur den Handelsschluss der Woche für die Aktienmärkte, sondern eben auch ein Monatsabschluss. Ted Talk Marco konzentrierte sich hierbei vor allem auf einen längeren Zeithorizont, was gerade für die meisten von uns, also viele Hotter, extrem wichtig und interessant ist. Seit unserem Allzeithoch im November 2021 sahen wir uns hier einem starken Gegenwind bzw. einem starken Abverkauf gegenübergestellt, der mit Beginn des aktuellen Jahres wieder etwas ausgemerzt wurde. Ted Talk Marco betonte, Bitcoin tut sein Bestes für diejenigen, die einsteigen und bis zum nächsten Zyklus hoch halten möchten. Auf dem Wochenchart hat es seine ersten höheren Hochs, Higher High, seit November 2021 und sein erstes höheres Tief, Higher Low, seit Januar 2022 gedruckt, fasste er zusammen. Ebenfalls betonte er, Händler haben jetzt eine klare Ungültigkeitserklärung und können Longs bei Aufnahmen wieder in den Bitcoin-Bereich unter 24.000 US-Dollar schneiden. Die Marktstruktur hat sich wirklich verändert. Hiermit möchte ich nicht unbedingt auf die ganzen Higher Highs und Higher Lows und so eingehen. Wir sehen allerdings, dass sich eben die Marktstruktur im Bitcoin-Kurs definitiv gewandelt hat und momentan eben eher in einen bullischeren Bereich läuft. Natürlich gerade durch Druck in der Realwirtschaft kann es auch hier nochmal zu stärkeren Ausverkäufen kommen. Doch zumindest sehen wir übergeordnet momentan schon eine etwas bessere Erholung als in vielen Aktienindizes. An dieser Stelle bleiben wir mal kurz im Cryptospace. Ich möchte nämlich einmal ganz kurz ansprechen, dass der europäische Zweig von FTX EU nun tatsächlich eine eigene neue Webseite gestartet hat, damit die Benutzer ihre Vermögenswerte claimen bzw. hier empfangen können. An dieser Stelle nochmal eben ein kurzer Nachtrag bzw. Zwischeneinspieler. Ich habe eigentlich gehofft, dass während des Schneiden des Videos eine offizielle Stellungnahme von FTX zu dem gleichgenannten Thema veröffentlicht wird. Faktisch können EU-Bürger bzw. die Leute, die FTX EU genutzt haben, auf ihre Vermögenswerte bzw. zumindest auf ihr Fiat-Geld zurückgreifen, wie ich gleich noch einmal beschreiben werde. Das berichten viele Quellen, viele auch renommierte Quellen, wie beispielsweise Cointelegraph oder auch BTC Echo. Dennoch möchte ich ganz klar sagen, es gibt zum aktuellen Zeitpunkt auf keinem Twitter-Profil von FTX eine offizielle Stellungnahme bzw. konnte ich nichts dazu finden. Ich wäre jetzt vorsichtig. Ich persönlich würde meine Fiat-Gelder jetzt nicht abziehen. Ich würde erstmal abwarten, wann eine offizielle Stellungnahme von FTX kommt. Sie wird momentan von sehr, sehr vielen Nutzern gefordert. Also FTX wird diesen Druck verspüren und hoffentlich diese Stellungnahme auch raushauen. Ich schreibe es in die Kommentare, falls zum Zeitpunkt des Veröffentlichen dieses Videos eine Stellungnahme gefolgt ist samt Link. Jetzt gerade wäre ich auf jeden Fall noch vorsichtig, solange bis wir eine offizielle Stellungnahme haben. Und wie gesagt, es gilt für FTX EU-Bürger. Die Plattform wurde erst Mitte letzten Jahres gegründet. Die meisten von euch, die sich in den vergangenen Jahren auf FTX registriert haben, sind wahrscheinlich auf der internationalen Seite FTX gewesen und nicht unbedingt FTX EU. Jetzt aber zurück ins eigentliche Video. Das Ganze kommt fast fünf Monate, nachdem die Muttergesellschaft FTX bankrott gegangen ist und damit über 100 Tochtergesellschaften mit in den Abgrund gezogen hat. Man kann eben jetzt einen Teil seiner Gelder abziehen. Bereits in den letzten Tagen habe ich einige von euch kontaktiert und gesagt, ich habe eine E-Mail von FTX erhalten. Ist das legit oder nicht? Berichten zufolge der Crypto Securities and Exchange Commission ist das Ganze hier genehmigt worden. Und man kann sich eben auf der Plattform ftxeurope.eu anmelden, um dort dann eben seine Bestände zu claimen. Ganz wichtig, mit Sicherheit werden in einer solchen Situation auch wieder extrem viele Phishing-Mails rumgehen. Sehr, sehr viel Betrug, daher achtet ganz genau darauf, dass ihr euch auf der richtigen Domain, auf der richtigen Webseite befindet und nicht eine, die zwar richtig aussieht, am Ende des Tages allerdings nur eure Nutzerdaten haben möchte. Die neue Domain wird natürlich keine neuen Produkt- oder Dienstleistungen anbieten. Bitte seien Sie informiert, dass unsere neue Domain ftxeurope.eu von unserer Aufsichtsbehörde CISEC genehmigt wurde, wie Sie gut identifiziert haben. Die Webseite wird nun für alle Kunden von FTX EU Limited verwendet, um ihre Fiat-Guthaben beanspruchen zu können. Über diese Webseite werden keine Dienstleistungen oder Produkte angeboten. Ich persönlich war ja nicht auf FTX, mir kamen ja viele Sachen vorher schon etwas fishy vor. Laut diesem Dokument handelt es sich eben nur um die Fiat-Guthaben, die hier abgezogen werden können. Ich kann es jetzt eben nicht nachprüfen, weil ich selber kein Betroffener bin. Offensichtlich soll es allerdings möglich sein, zumindest ein Fiat-Guthaben von der Plattform abzuziehen. Insgesamt ist auch zum aktuellen Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, wie viele EU-Bürger wirklich tatsächlich betroffen sind. Es ist nämlich so, dass die Plattform in Europa bzw. im europäischen Wirtschaftsraum sowie im Nahen Osten erst ab dem März 2022 überhaupt verfügbar war. Da das Unternehmen wenige Monate später bereits zusammengebrochen ist, wurden im Vorfeld keine Informationen in Bezug auf die Nutzerbasis veröffentlicht. Wir wissen also gar nicht, wie viele Leute hier tatsächlich betroffen sind. Um das zu ändern, dafür gibt es Regulierungsbehörden, die unter anderem vom SEC-Vorsitzenden Gary Gensler geleitet werden. Gary Gensler, uns ist ja mittlerweile allen ein Begriff und kommt uns wahrscheinlich in den Albträumen des Öfteren mal vor. Gary Gensler leitet die SEC, die Securities and Exchange Commission, die in den vergangenen Monaten fast alle Krypto-Unternehmen unter die Lupe genommen hat bzw. hier reihenweise Klagen rausgeschickt hat. Egal ob über Coinbase, Celsius, Nexus, was geht im Moment noch ab, Binance, egal über welche Plattform wir sprechen, die SEC ist am Chart und schickt hier Papiere ohne Ende raus. Und das Ganze wollen sie tatsächlich nun noch etwas weiter ausbreiten. Und so hat der Vorsitzende Gary Gensler tatsächlich nun nach einer Finanzierungsrunde in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar gefragt. Ja, er möchte selber als SEC finanziert werden, damit er gegen das, ich zitiere, Fehlverhalten der Kryptowährungsbranche vorgehen kann. Diese Aussagen bzw. Bitten tätigte er tatsächlich auch erst vor zwei Tagen und möchte damit eben das Innovationstempo aufrechterhalten. Auch wenn ich nicht weiß, was das mit Innovation zu tun hat, Innovation wäre mal ein regulatorischer Grundrahmen. Schnelle Technologien, Innovation auf den Finanzmärkten haben zu Fehlverhalten in aufstrebenden und neuen Bereichen geführt, nicht zuletzt im Kryptoraum. Um dies anzugehen, sind neue Tools, Fachwissen und Ressourcen erforderlich. Gerade das Thema Fachwissen, da sollte er dann doch mal die ein oder andere Lektüre durchs Büro reichen. Insgesamt möchte Gary Gensler sein Team um weitere 170 Mitarbeiter aufstocken. Allerdings geht es hier dabei nicht darum, neue Gesetze zu schaffen bzw. einen Grundrahmen zu schaffen. Er konzentriert sich vor allem auf die Vollstreckungs- und Prüfungsabteilung. Also, ja, was soll man dazu noch sagen? Gerade im letzten Jahr gab es für die SEC eine Budgeterhöhung, weshalb sie personaltechnisch tatsächlich auch wieder auf den Stand von 2016 kam. Garys Meinung nach reicht es allerdings nicht, denn die Behörde sei immer noch überfordert. Er betonte, als Polizist auf der Straße müssen wir in der Lage sein, den Kampf gegen schlechte Schauspieler zu meistern. Daher ist es sinnvoll, dass die SEC mit der Expansion und zunehmenden Komplexität der Kapitalmärkte mitwächst. Gary Gensler beschreibt Krypto wieder einmal als wilden Westen und deutet darauf hin, dass die aufstrebende Industrie voll von Nicht-Einhaltung sei und dass Kryptoinvestoren ihre hart verdienten Vermögenswerte in einer hochspekulativen Anlageklasse aufs Spiel setzen. Finde ich gut, dass er hier dann die Unternehmen dazu bringt, dass sie große Strafzahlungen tätigen. Diese Strafzahlungen gehen dann allerdings nicht an die Betroffenen, die hier von ihm als Opfer dargestellt werden. Das Geld landet natürlich am Ende des Tages in den Staatskassen. Gary Gensler betonte, dass seine Aufsichtsbehörde im vergangenen Jahr mehr als 35.000 separate Hinweise, Beschwerden und Verweise von Whistleblowern erhalten habe. Dadurch ist es der Behörde gelungen, rund 750 Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten, die zur Anordnung von 6,4 Milliarden US-Dollar an Strafen geführt hat. Insgesamt führen diese Zahlen tatsächlich auch zu einer 36-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Das aktuelle Jahr wird natürlich durch so eine Debatte weiterhin angetrieben, gerade wenn die SEC sich weiterhin gegen den Kryptosektor positioniert. Auch Elizabeth Warren ist eine bekannte Krypto-Gegnerin, nutzt sogar in ihrer aktuellen Wahlkampagne tatsächlich die Armee gegen Krypto als ein Argument, sie zu wählen. Sie selber sagte bzw. beschreibt, die Elizabeth Warren ist building an Anti-Krypto-Army. Sie selber verfügt übrigens über 67 Millionen US-Dollar und hat ein monatliches Income von 400.000 US-Dollar. Also sie ist einer der Hauptbestandteile von dem gesamten Fiat-Ponzi-System und was soll man dazu noch sagen? Also wirklich katastrophal und gerade wo wir beim Fiat-Ponzi-System sind, so bleiben wir kurz bei dieser Thematik bzw. sprechen jetzt ausführlich darüber. Denn wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass um gegen die Inflation anzukommen, die Zinsen angehoben werden, was ja auf der anderen Seite dann zur aktuellen Bankenkrise geführt hat. Das Ganze wurde unter anderem auch von Elon Musk stark kritisiert. Der sagt, dass die US-Notenbank zu weit gehen würde, denn durch die Ausbreitung der Bankenkrise auch auf Europa verliert der US-Dollar zunehmend an Attraktivität. Das Interessante an dieser Geschichte möchte ich kurz einwerfen, steht uns möglicherweise eben noch bevor. Wenn wir uns einfach mal ganz stumpf diese Grafik anschauen, dann können wir festhalten, dass der Boden in einem Aktienmarkt-Crash eigentlich erst dann entsteht, wenn die Arbeitslosenquote nach oben schießt. Das sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Was auf der anderen Seite für uns ganz klar bedeutet, möglicherweise sehen wir den Boden noch. Ich weiß, momentan sieht es danach aus, als ob wir vielleicht doch die weiche Landung schaffen. Ich bin und bleibe vorsichtig. Eure Meinung möchte ich damit keineswegs beeinflussen. Das sind nur die Fakten. Schaut euch gerne die letzten Crashes an und wann diese entstanden sind und macht euch dann dementsprechend selber ein Bild davon. Um die aktuelle Krisensituation nach hinten zu schieben, nutzt die US-Notenbank ja neue Programme, um hier billiges Geld auf den Markt zu schmeißen und gleichzeitig die Zinsen weiter anzuheben und das quantitative Tightening voranzutreiben. Wir sehen, dass die Banken in Mitte der aktuellen Bankenkrise immer stärker an diesem Liquiditätsengpass naken. So ist die Kreditaufnahme von der Fed aktuell auf dem höchsten Stand, den es jemals gegeben hat, also höher als sogar 2008. Momentan sehen wir, dass das Ganze schon wieder etwas nachlässt. Das heißt, der Bankrun wurde so ein bisschen verhindert. Ob das jetzt allerdings wirtschaftlich den Crash nur verzögert hat oder am Ende des Tages wirklich uns in die weiche Landung bringt, wird uns erst noch zeigen. Investoren zumindest, so viel kann man sagen, sind momentan wieder etwas vorsichtiger. Nachdem wir vor allem gegen Ende des letzten Jahres eine stärkere Euphorie sahen und tatsächlich die Hoffnung, eine weiche Landung zu sehen, sehen wir, dass die Investoren jetzt tatsächlich wieder dazu gewählt sind, eher in den Cash-Sektor zu wandeln. Das liegt unter anderem auch daran, da man für sein Geld momentan weniger bekommt, weshalb die Hypothekenkaufanträge um rund 39% zurückgegangen sind. Das ist wirklich ein starker Rückgang und signalisiert ganz klar, okay, die Leute bzw. Investoren wollen vor allem auch momentan keine Immobilien kaufen, denn was haben wir aktuell? Immer noch recht hohe Immobilienkosten und eben immer höhere Zinsen. Es ist extrem uninteressant und ich habe bereits am vergangenen Sonntag darüber gesprochen, warum gerade der Immobiliensektor vor allem für die industriellen Immobilien hierbei besonders stark unter Druck geraten könnte. Elon Musk bezog sich in seinem aktuellen Twitter-Thread unter anderem auch auf Kommentare des CEOs des Finanzdienstleistungsunternehmens Grid Capital. Er beschrieb in Bezug auf den US-Dollar ein ernsthaftes Problem, dass er möglicherweise auch den Status als Reservewährung für die Welt verlieren könnte. Er sagte, ich zitiere, die US-Politik war zu hartnäckig und brachte die Länder dazu, den Dollar loszuwerden. Und damit hat er definitiv auch recht. Bereits in den vergangenen Wochen habe ich immer mal wieder einige Informationen mit reingebracht, wie tatsächlich andere Länder sich extrem stark gegen den US-Dollar positionieren bzw. gegen das gesamte Fiat-System. Viele Länder und Nationen kaufen momentan so viel Gold wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor allem China hat in den letzten Monaten und Jahren extrem viel Gold dazu gekauft. Ebenfalls sehen wir, dass der US-Dollar nun verstärkt unter Druck gerät. Der US-Dollar wird ja auch gerne als Petro-Dollar bezeichnet, weil eigentlich alle großen Transaktionen auf der Welt im US-Dollar getätigt werden und der Ölmarkt ist hierbei natürlich ganz vorne dran. Hierbei sehen wir allerdings aktuell gerade ein Shifting. Hier einfach mal nur ein paar große Headlines, dass Zentralbanken Gold ohne Ende kaufen, Russland sich beispielsweise andere Wege sucht, Fiat-Geld zu transferieren und dazu unter anderem den Euro und den US-Dollar aus ihrem System ausschließen. Stattdessen geht es immer mehr hin in die chinesische Währung, was natürlich auch nachvollziehbar ist, gerade aus Sicht von Russland. Zahlungen mit dem US-Dollar werden kaum noch ermöglicht. Dadurch drängt der US-Dollar Russland quasi raus und durch die aktuelle Zinspolitik machen sie den US-Dollar auch für andere Länder und Nationen relativ uninteressant. So verkündete beispielsweise auch Indien, dass sie einen Mechanismus einrichten möchten, um die Wechselkursrisiken im Rahmen des nun neu geplanten Rupienhandels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wirksam abzusichern. Sowohl Indien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den vergangenen Monaten und Jahren extrem viel Gold gekauft und gehortet. Gerade beim Thema China bleibt es weiterhin interessant, denn sie haben sich beispielsweise auch mit Brasilien zusammengetan, um eine Einigung über den aktuellen Geldtransfer zu machen. Auch sie wollen sich vom US-Dollar distanzieren, wie erst in der aktuellen Woche bekannt wurde. Hier behandelt es sich bei China in Bezug auf Brasilien um einen der größten Handelspartner mit einem Rekordwert von 105 Milliarden US-Dollar im bilateralen Handel alleine im vergangenen Jahr. China hat zudem ähnliche Währungsabkommen mit anderen Ländern wie Russland, Pakistan und weiteren abgeschlossen. Auch der saudische Ministerrat hat erst vor kurzem in den letzten Tagen bestätigt, der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ, beizutreten. Hier behandelt es sich um eine internationale Organisation mit Sitz in China bzw. Peking. Sie wurde 2001 gegründet und selbstverständlich zählen zu dieser Organisation die Volksrepublik China, Indien, Iran, Kasachstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russland, Tatschikistan und Usbekistan an. Falls ich hier die Ländernamen falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid, ich verwende diese Ländernamen nicht jeden Tag. Und China schließt gerade nicht nur Abkommen mit verschiedenen Ländern und Nationen an, um den US-Dollar aus dem Markt zu drücken. Ebenfalls sehen wir beispielsweise auch, dass China versucht, seine eigenen Leute stärker an sich zu binden. So berichtet das Wall Street Journal erst in den vergangenen Tagen, dass der Gründer von Alibaba eines der größten chinesischen Unternehmens, Jack Ma, aufgefordert wurde, und zwar von der Regierung aufgefordert wurde, zum Hause zu bleiben, um zum Wirtschaftswachstum des Landes beizutragen. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bezeichnet die aktuelle Situation folgendermaßen. China verändert die Weltordnung, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Hierbei muss man fragen, ja, ich möchte jetzt hier nicht urteilen, ob China oder Russland oder Amerika von der Politik alles korrekt machen, aber hier muss man ganz klar sagen, natürlich wollen sich große Länder und Nationen selber an erste Stelle setzen. In so einer Welt leben wir leider, auch wenn ich es persönlich extrem kacke finde, weil am Ende des Tages leben wir alle auf dem selben Planeten, sollten meiner Meinung nach alle zusammenarbeiten, um eben eine vernünftige Zivilisation hier zu bilden. Aber nein, wir bekriegen uns selber wie irgendwelche Dullis, also ja, kompletter Quatsch. Und gerade zum Thema Bekriegen, laut den vorigen Vers, hat das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping nun tatsächlich sein Militär angewiesen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hier bald einen großen Krieg geht, aber ich möchte kurz einwerfen, auch den Russland-Ukraine-Konflikt, dass dieser sich zu einem wirklichen großen Krieg entwickelt, das hätten wir vor zwei Jahren oder die meisten vor zwei Jahren nicht gedacht. Das Ganze kann also extrem schnell gehen, vor allem wenn es eben darum geht, dass die Währung der größten Nation der Erde hier möglicherweise unter Druck geraten könnte. Wir kennen Amerika, wir wissen, dass Amerika seine Währung gerne verteidigt und auch eben mit militärischen Mitteln verteidigt. Es ist und bleibt spannend, wie sie daraufhin reagieren, wenn der US-Dollar im internationalen Währungshandel immer unattraktiver wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Es gibt natürlich auch schon Lösungen, das gesamte Fiat-System ist natürlich sowieso für die Katz, deswegen kommen bald die wunderbaren CBDCs. Falls wir uns darauf mal etwas stärker konzentrieren sollen, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Europa hat ja beispielsweise erst kürzlich eine Bargeld-Transaktions-Obergrenze von 7.000 Euro eingeführt. Das wird erst der Anfang sein, gerade mit Hinblick in die Richtung der Entwicklung zu den CBDCs. Dazu allerdings gerne in zukünftigen Videos mehr. Das heutige möchte ich beenden. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einer Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.